ja das habe ich jetzt neu quasi also das wäre halt noch eine lösung gewesen halb dynamit in der situation manchmal ist das einfach komisch relativ mittig gestartet ja aber nichts heißt doch wenn du seitdem die kunde das schlachthaus und startes genau beim schlachthaus passiert eigentlich normal nicht ich vergaß der käfig ist direkt nebenan ein fehler fängt wieder gut an gar nichts werden falsche taste tschuldigung ich sehe nix sehe ich nix doch da sind noch punkte in der richtung und wir müssen richtung norden zur kirche ja halt mal dass der ganze ganz cool als doppel wenn es du die vorne drin ist und dann doppel schall gedämpft ja mal den nachteil die haben keine durchschlagskraft also gegen gegner ich ja nix aber so für als zeitwerken sind die schon cool da sind noch punkte in der richtung ich beides scheiße ich würde sagen wir laufen nach norden zum y punkt die punkte holen ich nicht das in raben okay laufen zu y punkt ja eigentlich sind die half sich gefährlich wir machen nur ein scheiß lärm wie erst auch die machen keinen scheiß lärm wir machen nur lärm scheiß lärm ist sie heißt so eine schreie die höchste über meilen also auch wenn die die kids sind hier einfach laut da würde ich glaube ich jetzt aufpassen neben anderen compound sind leute das heißt tempo wir müssen weiter richtung noch noch osten würde ich sagen oder du willst den begegnen ich glaube auch dass wir einfach da jetzt zu exponiert waren gegner haben uns gehört wir haben uns anscheinend nicht gehört ja das hat man schon mal nicht gehört das stimmt ja die sind auch schon kapelle unterwegs wir haben keinen ausgang aber wir haben natürlich die zwei jecken da vor uns die offensichtlich direkt in hoc gegangen sind aber schießen da kommt noch ein team hinter uns machen wir mal ab das ist ja lieber in den strauch ich sitze zwischen den westen da kann ich auch nicht gesehen werden zwischen den bäumen meine ich ich würde sagen wir warten ab seitdem die feiten jetzt hinter uns auch dann würde ich sagen wir waren dann nach norden ab weil die werden ja jetzt auch hier in die richtung gucken weil sie denken ja die feiten ist ja mit gegner von hier rechnen hast du hast die sind echt schlechter zu sehen die arschlöcher Gut, normal ist das Bounty hier unterirdisch. Das heißt, wenn die fighten, sind sie wahrscheinlich unterirdisch. Aber dafür sind die Schüsse zu hell. Da müssten sie normal dumpfer klingen. Ja, und hier wird eigentlich nicht mehr gefightet. Ich denke, wir kommen gleich in eine Sandwich-Position. Ich denke, wir sind weit genug Richtung Osten abgeduftet. Schon wieder ein Ast. Und sie haben auch mehr Äste platziert, habe ich den Eindruck. Keine Ahnung mehr. Mich wundert, dass hier nicht mehr geschossen wird. Also entweder haben sie die schon gekillt. Ach, Leto-Arthritis der zweite. Den hatten wir doch. Hatten wir oder hatte es ich den schon mal diese Woche? Okay. Ja, die sind links auf der Seite. Die Weile von links soll ich schleichen. Okay. Bounty-Wechsel. Das wundert mich gerade ein bisschen. Also es scheint irgendjemand in der Kirche zu sein. So klingt es zumindest. Und welche sind links? Ja, da irgendwo. Am Friedhof irgendwo, ja. Ich bin nur leider jetzt zu tief. Bin runtergefallen. Bin mitten auf dem Weg wieder. Er ist quasi hinter dir. Da vorne habe ich sie gesehen. Ich glaube, die sind gerade aus dem Ausgang raus. Da jetzt bewegen wir uns schnell, oder? Nein. Da sind sie. Ja. Da sind sie. Ja. Wir haben uns im Laufen. Ist gerade weg. Okay, hier ist immer eine Sandwich-Position. Ja, Junge. Ja, Sparks, sage ich nur. Langstreckenwaffe, wie ich schon sagte. Da waren aber noch mehr hinter denen her. Ja, so, let's go. Ah, scheiße. Hinter mir noch. Ja, ich sage ja, Sparks. So, komm, let's go. Das ist nur eine Einschusswaffe, aber wenn die trifft. Ja, der muss ja einen Vorfall haben. Wo ist das? Keine Ahnung. Ich gucke jetzt auch nicht nach. Wir müssen erst mal ein bisschen Land machen. Und wir haben vor allem auch noch, sind andere Gegnerteam noch hinter denen her gewesen. Ich habe von der Seite noch ein Team hinter alle her laufen sehen. Das lässt sich überhaupt nicht einschätzen, wo die sind. Wir sind schon im Ausgang. Ich sehe sie leider nicht. Raus. Dann können wir auch rausgehen, ne? Ja, dann können wir auch rausgehen. Schade. Aua. Entschuldigung. Ich wollte dir nur zeigen, wie gut man damit schießen kann, mit das Wachs. Also, ihr wackelt beim Visieren wohl ein bisschen hin und her. Also, du brauchst schon eine Sekunde, um wirklich den Headshot zu machen, ne? Ja, der eine Typ hat ja an mir vorbeigeschossen. Der ist ja neben mir eingeschraben im Holz. Wenn der andere natürlich auch eine gute Waffe hat und zieht schneller wie du, ne? Dann bist du tot, ne? Weil du eben die Sekunde brauchst, um das Ziel zu erfassen. Ja, aber das kannst du doch mit irgendeinem Pör kannst du auch ändern, oder? Naja, das gibt diese ruhige Hand, genau. Damit kannst du es dann verbessern. Äh, Sparks und Springfield, das sind, äh, was das angeht, echt gemeine Waffen. Aber, du musst das Aim haben, ne? Es war hier zwei gute Schüsse, einfach weil die auch stillgehalten haben, ne? Es war ein Stern und ein Dreister. Äh. Du hast den oben auf dem Dings nicht gesehen, ne? Ne, war gut. Ja, ich, für mich war jetzt so wichtig, weiterlaufen. Das Risiko eingehen, hab, dass da einer ist. Hauptsache weiterlaufen, weil sonst ist es bounty weg. Da ist Schlange. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte, ne, ne, ich hatte Schlange, ja. Da war es Schlange. Ich hab, ja. Ne, ich hab gar nichts, das war im letzten, im letzten. Ähm. Okay, ich hab jetzt auch nichts, aber ich hab jetzt, äh, unterhebeln im Film. Ja. Aber jetzt guck mal. Nee. Nee, nee, wir sind in der Mitte, kommen keine Gegner. Echt? Ach, da sind wir, ja. Ich gucke mal auf dem roten Pfeil, weißt du. Ach, okay. Aber eben hab ich auch gesagt, da kann keiner kommen und dann nachher zwei Teams. Ja. Ja, du hast schon mal so Teams, die sagen so, nee, ich hab jetzt keinen Bock auf dem Compound und laufen absichtlich natürlich in der entfernte Richtung. Das sind ja, sag ich mal, nicht die Normalitäten, ne? Das sind ja, sag ich mal. Das ist ja, sag ich mal. er fehlt ein strich fehlt oder ist verbrannt das ist egal dafür gibt es ja nicht er ist verbrannt ist also weg ach so verbrannt ein großer kleiner kleiner kann man leben süden ob wir nach osten bestimmt da unten ist noch ein da ist noch ein punkt da meine ich ja unser ziel ist fischerei auf der anderen seite von der kirche ist das da wird ein pferd ein gegner scheint hier zu sein fischerei hin fischerei hin wundere hinten weggelaufen ja ja also bret wir machen wir können wir Arme. Oben dran, hart gesehen. Okay, der hier drin ist tot. Der ist hier rein. So, ist noch immer rot, ist noch immer rot. Gelehr geschossen, der kommt jetzt rum. Gut, sehr gut. Ist noch immer rot. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der über uns ist oder hier vorne. Ist hier. Gut. 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 Oh, war noch zu nah dran. Ich hab die Tür hier weggesprengt. Ich könnte ganz außen versuchen. Ja, mach das. Wir haben uns alles verletzt. Scheiße, hat mich, hat eine Pampe gehabt. Oh man, waren zu zwei. Zwei Dirk. Jetzt hast du Zeit zum Nachladen. Ja, war klar. Brenner. Kannst du aber löschen, ich lieg direkt da vorne. Hier, direkt da in der Tür. Da, direkt vor dir. Ja, sie sehen mich sowieso jetzt gleich. Jetzt hat er geguckt, jetzt umdrehen in eine andere Richtung. Dann gehen wir. Oh, siehst du, siehst du ja. Was ist da, rechts ist noch die Schiebetür, ne? Weiß ich, sollt ihr auch machen? Mhm. Hat ein Dings, ein Dings in der Hand genommen, ein Flammi, Flammi. Wenn du jetzt rechts weiter gehst, dann kommt noch eine Tür. Hat Munition genommen. So, da, drüber, genau. Da, die Tür rechts, guck mal, ob die nicht offen steht. Das war eine Falle. Ich hab's gesehen. Da brennt es ja schon wieder. Ja, ja, ich weiß. Jetzt rein pushen. Rechts ist er, rechts ist er, rechts ist er, rein und rechts. Ja, war eine Falle. Rein und rechts. Sag das doch. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, er hat's gesehen. Nee, ich hab's noch nicht gesehen. Nein. Fuck. Mann. Es wird jetzt so schön sein, können wir da keine Falle wahr. Mann. Nee, hab ich nicht gesehen. Sorry, mein Fehler. Ja, zwei Gelds hast sie gemacht. Oh, das ist schön. Ja, läuft. Nee, ich hab's nicht gesehen.